So, herzlich willkommen. Wir sind nochmal zurück bei Skyrim heute. Skyrim! Wir gucken mal, was jetzt bei der Lydia los ist. Es war offensichtlich nichts groß weiter. Ist bei dir alles in Ordnung? Dann können wir los, oder? Wir hatten hier schon in die Ausbuchtung geguckt. Und die Lydia folgt uns? Nein, die folgt uns nicht aus dem Grund. Warum folgt sie uns nicht? Was ist denn dein Problem? Wo ist hier was? Ach, hier! Okay, verstehe. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Gut, können wir jetzt hier abhauen? Ne, die ist immer noch nicht sehr entspannt, sagen wir es so. Also, es ist aber egal. Wisst ihr was? Wir kommen hier einfach mal nicht intakt, wenn wir immer zu dem Ganzen da folgen. Was ich jetzt nur finden muss, ist kurz der Eingang der Höhle. Okay, noch vor uns. So, und dann kommt der Lydia automatisch wieder, wenn wir durch die Höhle gehen. Echt jetzt? Willst du wirklich? Ja, komm, wir gehen jetzt durch die Höhle, dann haben wir das vollständig. Ja, alles gut, bleibt entspannt. Wir sind jetzt ziemlich schleichend verbessert, 35, guck an. Schön. Die Lydia ist nicht dabei. Wir gucken mal. Doch, da ist sie. Alles klar. So, Alter. Das ist schon echt schön hier mit denen. Wo war denn das jetzt hier? War hier noch irgendwas? Ja, das wollte ich noch. Haha. So, wir brauchen hier einfach nur durchlaufen. Dann ist alles gut. Das sieht auch schön aus mit den Zapfen, ne? Das Gesicht. So, holla. Ascherhaufen bist du noch? Die schäbige Gruppe lasse ich dir mal. Gut. Hier haben wir auch alles. Dann können wir nämlich das noch als... Ja, war das erledigt, ne? Wo waren wir da? Okay. Ja, ich hatte gesagt, wir... Wir springen dann und so. Aber wir können es auch so jetzt schnell aufmachen. Das ist nur die Frage, ob jetzt hier irgendwie jetzt jemand schon wieder... wieder auferstanden ist oder irgendwie neu dazugekommen, neue Bewohner. Ich gehe jetzt mal mit Absicht hier durch, um mal zu gucken, ob das jetzt für Passanten normal passierbar ist tatsächlich. Und es ist kein Problem. Ja, sehr schön. Das Einzige, was wir jetzt noch hier machen müssten, ist diese Geschichte, ob man von oben... Was war da? Ach, hier. Hanging Moos. Ja, Mann, habe ich nicht gehört hier. Okidoku. Dann geht es mal hier weiter. Weil ich wollte heute gerne noch zum... Zu dem... Zu dem... Zu dem... Zu dem einen... Zu der einen Burg. Und eigentlich gerne wieder zurück nach Weißlauf. Das wäre eigentlich heute ein Fest, muss ich sagen. Das noch schaffen wir nicht. Aber, ähm... Was soll's. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Wir werden es sehen. Einfach mal munter voran marschiert und dann werden wir ja sehen. Ich fand es übrigens auch mal wichtig, jetzt... Ich muss kurz innehalten, gucken, was die da machen. Dass es irgendwelche Idioten sind. Ah, Katschitz. Ok. Komm mal gucken hier. Dieser kann zum Beispiel ein bisschen Gold locker machen. Hi. So. Ja. Bodomfu. 50 Pawn. 10%. Come on. Cooking Pawn. Eisendes Frost. 10 Punkte Ausdauer. 11.200 des Eis. 15 Punkte Frost. Schaden und Ausdauer. Ja. Guerrilla Grand Soldier. Ok. 500. Crater. Können wir mal mitnehmen. So. Dann haben wir nämlich jetzt einiges. Anzeugs. So, warte mal. Was hat der jetzt? 2400. Das ist schon mal gut. Oh, eine Kinderpuppe. Ja, komm. Können wir eine mitnehmen. Wir wissen ja. Manuel hat ein Kerr. Das haben wir, glaube ich. Mondsteinerz. Ok. Jetzt haben wir Stinggeführung. 100 Attacks. Du. 25% Modernerz. Wow. Wir haben, glaube ich, aber schon. Ja. Die können wir kaufen zum Zerstören zum Beispiel. Aber da sind die schon auch mächtig teuer. Ist der Poison of Health. 88. Weak. Zwergenhelm der Mag... Magik auf 30 Punkte. Ich muss es machen. Ich muss es machen. Weil... Ne? Wollten wir schon öfter. Wow. Alto Noir. Nein, okay. Huh. Ja, dann... Sind die Spieler eröffnet. Ach, nee. So, Bergarbeiterkleidung. Wir hauen einfach alles mal raus hier. Um ein bisschen wieder zu erlösen. Und fangen mit dem an, was am wenigsten was bringt. 27 Mage Robes. Im Norden sollen die preiswerten... Ist schon klar. Aber wer weiß. Boots of Iron. Buckle and Clothes. Ja, wir hauen jetzt... Wir hauen jetzt hier richtig raus. Gauntlet's Missing. Eisenhelm. 21. Eisenpanzerhandschuhe. Der kann er auch haben. Scheißdreck! Der Alchemie. Wir müssen's zurückkaufen. Fuck it. Zerfenerhandschuhe. Powerful. Scheißdreck! Ja, so weit zum, zu unserem, zu unserem, äh, Verhandlungsgeschick und so weiter und so fort. Äh, Elfenpanzerschuhe, bla bla. Brauchen wir nicht. Light Armor Gauntlets. Light Helmets. Und dann erstmal Violas auf keinen Fall. First Saddle. So, grobgewebte Tunika. Äh, Hammerfell. Wo kommt denn das her? Rebel Helmet. Talmau. Rüstol. Sechs Stück. Wir machen mal fünf. Gehen wir mal raus. So, Iron Shield. Alle. Okay. Leichter Helm. Alle. Alika. Ja, hab ich. Die haben gar nichts gebracht, ne? Okay, Necromat. Ja, hau raus. Robes. Die könnte man eigentlich ab, äh, weghauen. Äh, die Robes. So, wir haben das schon, glaub ich, abgenommen. Dann hast du das jetzt auch mal. Dann sieht man das auch mal, sozusagen, hier. Pelzer am Schienen. Damals, glaub ich, aufgehört, das letzte Mal, ne? So. Okay. Ring, der, oh, ich muss echt gucken, jetzt, dann, hier. Rot war Drohnenstiefel. Guck an. Wie viele? Wie haben wir denn sieben? Die machen ja nichts groß, ne? Braces. Gut, Schmiedeschürze. Die wollte ich gern behalten. So, Stahlhelm. So, Stahlhelm. So, Stahlhelm. Nee. So, Stahlplatten hochwertig. Steel Armor. Ja, die lassen wir mal. Ja, die lassen wir mal. Kauft, Boots. Zwei Stück lassen wir. Steel Hornet lassen wir. Ja, lassen wir alles mal. Stiefel. Ach, das wird jetzt wieder. So, Timer Handschuhe. Haben wir bloß einmal. Na ja, gut. Timer Stiefel. Torture. Nein. Um Gottes Willen. Vulkanter Stiefel. Guards Armor. Dann können wir hier mal weitermachen. Ich muss aufpassen, wenn das nach oben, so nach oben geht. Winterhut Rebel Armor. Swergenschild. Alles klar. 1100. Gut. Dann gucken wir mal. Eisenort. Ja, ich glaube, das können wir alles weghauen. Die Battle Axis auch. Dann auch die Ancient. Dwarven. Die bringt einiges. Nee, nicht so viel. Okay. Dwarven Decker. Nö. 29. Okay. Wo Axis. 26. Die können wir mal ausprobieren. Eisen durch Kraftlosigkeit. Das ist Göttingspumpst. Eisenpfeil bringen nichts. Das hatten wir vorhin schon. 11. Dagger. Da haben wir jetzt den schönen. Schade. 19. Wo haben wir? Wo haben wir? 199. 25. Okay. Falmerpfeiler bringen nichts. Gewetzter. 22. 26. Glasdecker. Nö, den würde ich nicht unbedingt. Ancient. 29. 25. Okay. Wie viele haben wir da? Den einen. Ja. Empirical. Empirical. Das auf jeden Fall. Battle Axis raus. Die hauen wir alle raus. 600. Den können wir raushauen. Kaiserliche Bogenweil mit 22. Jetzt kühle, kühle, kühle. Krummsäbel. Langbogen. Alter. Battle Axis. North Battle Axis. Die haben wir vorhin. Ah, das war die Orkisch Battle Axis. Guck an. Orkisch Warhammer 63. Also Orkisch ist jetzt nicht so beliebt. Orkischer Pfeil 1. Orkisches Wert des Eises. Das haben wir lange Zeit benutzt. Silver Sword. Das können wir mal 7 Stück verkaufen. So. Heldenmut. Wie viele haben wir denn hier? Stab des Frostbisses. 8. 60. 2. Bevor wir die nicht ausprobiert haben. Stahlschwert. Das ist doch gut. Ich habe leider nicht geguckt, wie viel. 2. 2. 2. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Nein. Shit. Ich habe es. Ach Mann. Zu schnell gedrückt. Gut. Wir haben den wieder. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Euch ebenfalls, mein Freund. Lydia. Pass mal auf. Ich gebe euch Deckung. Was macht denn ein Husker? Ich stehe zu eurer Verfügung. Schon wieder ein Kampf. Schon wieder ein Kampf. Da gucken wir gleich, was wir machen können. Aber ich möchte zunächst erstmal hier am liebsten speichern, ehrlich gesagt. Weil Zwergenhelm. Helm der Magiker. Das ist natürlich mit 30 Punkten. Müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt nicht doch was Magiker mehr geben. Also Magiker wäre eigentlich eher was für uns. Und sie nimmt ihn nicht. Ich stehe zu eurer Verfügung. Weil der wahrscheinlich schlechtere Werte hat, ne? Der hat 28 Rüstung. 48? Das sind schon auch nicht zu verachtende Magiegeschichten, ne? Also Zwergenhelm, Magiker, Stahlplattenhelm. 26 und der hat 28. Alles klar. Alles klar. Alter, das ist so geil. Hammer. Schön. Ich freue mich, dass du das hast. Und sie hat offensichtlich... Alter, das ist... Das ist schon so cool. Ich muss hier mal speichern. Einfach nur, damit es wirklich... Damit es wirklich festgehalten ist. So, battle nie. Ach, guck. Da, warte mal. Dann können wir den Kumpels da mal helfen. Oh, oh. Ja, ja. Ja, ja. Meinst du das? Okay. Okay. So. Wow. Dann der alles mit hier. Alles gut. Wie hoch sich die Berge von Himmelsrand erheben. Ja, kannst du mich... Sie werden euch nie kommen sehen. 0 von 5. Ach, guck an. Gleich ein 40. Cool. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Euch auch. Kayla. Wer bist du jetzt noch? Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach Gott. Studier mal lieber. Mach irgendwas hier. BWL oder... Informatik geht hoch. Ich würde gerne hier mal kurz einen kleinen Stopp einlegen. Einfach nur, weil wir heute so viel erlebt haben. Und einfach so viel zu sichern ist. Da wäre es mir doch recht lieb, sozusagen, das mal in einem Speicherstand zu wissen. Ja, auch wenn es heute ganz kurz war. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben verkauft und hin und her. Und wir haben endlich... Entschuldigung. Ein Helm für Lydia. Ich fand, das war schon erfolgreich. Da haben wir schon was jetzt bewegt. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.